Und da sind wir auch schon wieder bei einer neuen Folge von Banjo-Tooie. So, jetzt möchte ich erstmal die Statistik anschauen. Wie viel uns noch fehlt. Also 7 Puzzlos, 2 Honigwaben, 30 Knoten, 2 Gingers. Also ist noch einiges zu holen. Obwohl ich glaube, dass es so wie bei den anderen Levels sein wird, dass wir einige Puzzlos und so noch nicht finden können. Und wie das mit den Charaktors ist, weiß ich auch noch nicht. Was ich da machen muss. Drücke B und genieße den Atembraum. Anblick der Weltraumzone von irgendwas. Keine Ahnung. Don't miss den Honigwaben. Moment. Wieder rauf. Ich glaube fast, die müssen dorthin über. Tatsache. Und was haben wir hier? Erstmal einen Schalter, der da unten. Okay. Also brauchen wir nicht immer mit diesem Waggon fahren. Ah, und jetzt ist diese Kiste frei. Da ist ein Ufo drin. Pieps, das flotte Flugobjekt ist vorübergehend geschlossen, aufgrund mangelter Stromversorgung. Pieps. Okay, dann holen wir uns mal Strom. Ne, ne, Strom, glaube ich, bekomme ich, bekomme wir, äh, Mumbo. Und mit Mumbo will ich zumindest noch nicht spielen. Einmal probiere ich noch, oder was war da drin? Ah, willkommen, ich lese eure Zukunft, deine Energieleiste, wurde auch gefüllt. Okay. Okay. Oh, der war. Wegen Renovierung und Arbeiten ist Madame Grund das Zelt vorübergehend geschlossen. Okay. Ähm. Was sagen wir? Einmal probiere ich das noch mit diesen verfluchten Glockenleuten. Vielleicht muss der schlagen. Komm her. Komm her. Kannst du hier ihn auch? Ne. Was ist der dritte Schlag? Was? Ja. Uh. Granate. Das war jetzt, ich hab mich eigentlich nur verrückt. Ich wollte eigentlich gar nicht die Granateneier verschießen. so dann gibt es eigentlich nur noch ein ort nämlich das große zählt weil ich schon letztendlich schon letztes wurde gesagt habe dass ich es erst die eintrittskarten freundchen karten dafür brauchen wir die denn man benötigt vier karten um konkurs großzelt zu betreten ohne karten kein eintritt aber wir haben vier karten dann nichts wie her damit dankeschön dann lasse ich dich lieber rein du kommst gerade rechtzeitig die show fängt gleich an ich hoffe es gibt akrobaten und lebende kanonkugeln was glaubst du in welcher reihe wir sitzen hier gibt es überhaupt keine plätze vielleicht sollten wir uns auf diesen komischen haufen das setzen eigentlich sieht das nicht sehr gemütlich aus noch mehr eindringlinge ich werde euch zeigen wer der boss ist seht nur wie groß und stark hier fliegt die fliegen sind da so groß bist du gar nicht dieser klug auf wie kann anfangen war viel größer als du ja wie wäre es dann damit her fliegt aufblasbarer möchte gern die oder aufgeblasener weiß es kann ich mich mal nicht so aufblasen es riecht nach zoff wenn ihr darauf besteht kann ich denn irgendwie fliegen da muss ich wohl vom boden aus attackieren die steuerung ist auch so behindert und erst mal ein paar von ab naja die fehlen zeigen dass wir hier fliegen können ich habe mich mal um ich habe mich mal um wahrscheinlich hin dir ganz bleib mal stehen bist du so nett ouch ihr habt eine schwachstelle entdeckt ich könnte hier etwas hilfe gebrauchen nun müsst ihr mich aus der luft treffen sehr schön weil kranatene sind jetzt nicht wirklich so geil äh da da ob ich sie auch aufpixen kann dazu müsste ja mal stehen bleiben da ja jetzt halt jetzt dreht er sich um ne ne kann ich nicht aufpixen ja ich will ja nur umdrehen ja dann lasst mich halt nicht umdrehen schau jetzt sind wir ein bisschen mehr aus der reichweite ja 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 so jetzt müsste ich auch irgendwie auf den rücken kommen denn da sind auch noch ein paar ach moment kann ich eigentlich auch okay ich wollte eigentlich äh direkt ohne anziehen schießen aber anscheinend geht das so nicht ne das ist zu große entfernung auch noch genau ja 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 das ist ein dem ja das das ist eng mit deinem Hey, das trifft mich sehr, Kacke. Das ist ja mal extrem scheiße. Moment. Ich brauche wieder Energie und Granateneier. Aber das auf der Wand ist ja extrem scheiße zu machen. So, da vorne ist Energie. Okay, aber nur eine. Ich dachte, das ist so ein Risiko-Energie-Babe. Na gut, da muss ich ein bisschen aufpassen. Jetzt dreht es sich wieder. Ich brauche noch Energie. Okay, dann holen wir uns auch noch, bevor wir sterben. Okay, da sind es die letzten Flicken. Einen gibt es noch. Wisst ihr was, den mache ich. Boah. No. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Na ja, noch einmal kann ich es nicht machen, da die Zeit dann doch knapp wird. Aber in der nächsten Folge hoffentlich. Dann zeigen wir es ihm. Na gut, dann vielen Dank fürs Zusehen. Und beim nächsten Mal bis hin wie den Idioten. Ciao, ciao.